Ja, ich glaube, da ist es eben wie immer ganz wichtig, die Erwartungshaltung zu managen. Du weißt, das ist eines meiner Lieblingsthemen auf dieser Ecke. Und ich glaube auch, es ist ja, ich glaube, viele Kunden können das ja auch einsehen, wenn du sagst, du, es gibt einfach, wir müssen auch uns weiterentwickeln, wir müssen weiterkommen, indem du uns jeden Tag, was auch vollkommen dein Recht ist, aber indem du uns jeden Tag bombardierst mit Anfragen und mit Aufträgen etc., was wir super finden. In dem Moment müssen wir aber gleichzeitig auch sagen, wir brauchen auch unsere Arbeitsweise. Und ich glaube, auch da hat es ja schon immer wieder viele Sachen gegeben. Ja, sicher findet das im ersten Moment jeder super, wenn er nach fünf Minuten üblicherweise eine Antwort bekommt. Aber gleichzeitig steigt vielleicht auch die Qualität der Antworten, wenn das einfach nicht der Fall ist, wenn das irgendwie eine gewisse Struktur bekommt. Und ich glaube, auch da ist es eben wichtig, dieses Beziehungsmanagement zu managen. Das waren zu viele Managements. Und gleichzeitig aber auch eben also die Erwartung, aber auch die Beziehung und auch die Arbeitsweise zu managen. Irgendwie sozusagen als professionelles Service mit anzubieten. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie kann die Zusammenarbeit von uns und unseren Kunden, also sprich mit dir ausschauen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wenn wir so und so arbeiten und diese und diese Kommunikationskanäle aufmachen und anbieten, dass dann für uns beide vermutlich die Qualität der Arbeit und der Zusammenarbeit steigt.